Irgendwann kann der jetzt mal, hä? Ach der lädt auf oder was? Was macht denn der? Zement? Ach der lädt den Zement ein, oh. Da muss man das irgendwie nochmal komplett, äh, ja, tüdeln. Wahrscheinlich müssen die erstmal hier Ersatzteile bringen, dass die schneller, ähm, was macht der hier? Oh, fährt denn der nicht einfach? Ja, ja, ja. Was ist denn jetzt da ein Problem, dass der hier aufladen kann? Ach so, weil nix da ist, hah. Warum fährt der nicht rein? So, warum fährt der eigentlich jetzt auf das Gleis, wo der Zug steht? Was ist denn das eigentlich für eine Logik hier? Warte mal, kann ich ja erzwingen, dass da auf ein anderes Gleis fährt? Ha. Aber wird der nicht beladen, jo? Hm, dann fahr doch erstmal zurück. Ach, warte mal, das ist doch der Zug, den wir hier, äh, hierher geschickt haben, ne, oder? Der meckert, dass der da nicht rankommt. Wo ist er denn? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Hier rum, durch den Tunnel, ja, abbiegen, da drauf. Das sollte eigentlich funktionieren. Während es sich hier jetzt wieder ewig staut. Scheiße. Wollen die alle nach Königswest? Na gut, die meisten. Oh, der Zug. Der Passagierzug steckt hier am Staufest. Hm, da könnte man doch eigentlich mal, doch mal diese tollen gerouteten Signale ja testen und was Kleines machen. Nehme ich eine großzügige Umfahrung. Mhm, fitz Uh-uh. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann sagen wir hier, wenn momentaner Auftrag ist, nicht ist. Na gut, eigentlich muss ich ja bloß, nee, stopp. Es reicht auch, wenn ich bei dem unteren Signal einstelle, wenn momentaner Auftrag ist, nicht König's West, dann verbiete. Es würde heißen, dass alle Züge, die nicht nach König's West fahren, würden dann einfach das obere Gleis nehmen. Wie zum Beispiel der hier. Gucken wir mal, was das macht. Dadurch haben wir jetzt einfach hier Puffer geschafft. Beziehungsweise eine Umfahrung. Ich sagte, man hätte auch Wegpunkte nutzen können, aber... Genau, da würde ich eigentlich fast schon diese Insel hier als abgeschlossen betrachten, wenn ihr da jetzt nichts dagegen habt. Ich glaube, ich bin hierher wachsig. Ich denke, ich bin hierher wachsig. Ich denke, ich habe hier in der Mitte von der Mitte. Ich habe hier in der Mitte. Ich denke, wir können hier in der Mitte. Na gut, ich könnte hier hinten ja noch Ersatzteile anliefern. Das hier vielleicht ein bisschen mehr Output am Start ist. Erstmal wieder mit dem Flughafen, würde ich sagen, mit so einem kleinen Helikopter-Ding. Achso, nimmt an nichts. Das war für einen 50er Satz, da ist es auch wieder leicht, Entschuldigung, überdimensioniert. Achso, was machen wir hier für einen Quatsch? Ist halt schade, dass man nicht einstellen kann. Hier nehmen nur 80 Kisten mit, bei den Hubschrauben und Flugzeugen. Aber gut, naja. So, wir haben hier noch den Flughafen offen. Ich denke mal, die können wir jetzt hier endlich mal bauen. Und dann eine Verbindung. Okay, mach das Netz doch mal weg. Wie hab ich das so jetzt? Wir fangen nach Ostermundingen. Was haben wir ja mal genommen? Das ist ein A380, ne? Da war der Flughafen. Jetzt ist ja irgendein Uraltbus hier am Start. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.